Eine meiner vielen Quellen, dass das Justizministerium von Pennsylvania in den USA, Eli Lilly, verurteilt hatte, zu einer Geldstrafe von 1,4 Milliarden Dollar. Für ein einziges, ein einzelnes Produkt. That I have written about in this book two years ago. That product was used to treat, it was a neuroleptic, a psychodrug, that was approved to be used on schizophrenics. Und es wurde zugelassen für die Behandlung von schizophrenen Personen. So this company wasn't satisfied with that. They went and sold the drug to old people's home, because they say, it wouldn't cost so much to be there in this home, because you give them this pill and the old people will sleep. Der Konzern war also nicht zufrieden damit, dieses Medikament nur zu verkaufen für schizophrene Patienten. Man entschied sich, das Produkt auch an einfach alte Patienten, alte Leute zu verkaufen. Denn man dachte sich, wenn man diesen Patienten, diesen alten Leuten einfach das Medikament gibt, dann schlafen sie viel und sind ruhiger. Also die Pfleger haben dann weniger Stress in der Nacht. Er stellt sich dann heraus, dass dieses Medikament Nebenwirkungen hervorruft, die der Firma bereits vor der Markteinführung bekannt war. Man hat einfach die klinischen Studien unter den Teppich gekehrt. The side effects, a lot of people died of heart failure, kidney problems and whatever. Viele Leute starben durch die Nebenwirkungen an Nierenversagen und durch Herzversagen. Die Patienten, die dieses Medikament bekamen, wurden erkrankt, dann ebenfalls an Diabetes. Und welche Firma ist der größte Hersteller auf der Welt für Diabetes Medikamente? Eli, Lilly, and Company. So, speculating, speculating. So, they were taken to court and they were fined. It's the largest Strafgeld in the history of the nation. Es ist die größte Strafzahlung in der Geschichte des Landes für dieses Medikament. Now, there are a couple of other companies that were fined heavily for other drugs in the pharma industry. Andere Firmen wurden ebenfalls verurteilt zu Strafzahlungen wegen anderen Medikamenten. Now, these are huge companies. But, it never came out. You know why? Because the press, the press works also with the pharma industry just like the government does. And I was surprised, because the Germans, they say, yeah, we write about all these things and what not. But they didn't write about this one. Und ich war verwundert, denn ich dachte immer, die Deutschen schreiben über solche Themen und es ist nicht geschehen. The pharma companies use the media to implant this dirty work on you. Die Pharmaindustrie benutzt die Medien, um all diese schmutzige Arbeit uns aufzudrängen. You never get to know the truth until it's too late. Wir erfahren nie die Wahrheit, bis es zu spät ist. So, you have to raise your awareness to a higher level. Don't take for granted what your doctor is telling you, because the doctors these days, let's say during my working, half of my life, they don't know much about medicine. And they don't care much about their patients. Nehmen Sie nicht alles für bare Münze, was die Ärzte Ihnen erzählen. Denn die Ärzte interessieren sich nicht großartig für die Patienten, nach meiner Erfahrung. Und die Ärzte wissen sehr, sehr wenig über Medizin. Sie denken eher daran, wie viel ihnen bezahlt wird. Und auf diese Art und Weise bleibt eben die Pharmaindustrie an der Macht. Sie kauft, die Pharmaindustrie kauft die Ärzte. Die Konzerne bezahlen Studienkosten der Ärzte im vierten, fünften Ausbildungsjahr. Because the doctors don't get information from anywhere else, except the pharma industry. And I know, because when I was a salesman, the pharma company used to tell me, never talk side effects. They taught us something called FAB, F-A-B. Features, advantages and benefits. Don't talk about side effects, that's taboo. Verwende nicht den Begriff Nebenwirkungen, sondern verwende einen anderen Begriff, unbeabsichtigte Auswirkungen. So I know that. I also know that they hide the dangerous side effects, because I was in charge of a clinical study for Fluktin or Prozac. Ich war verantwortlich für eine klinische Studie des Produktes, was it called, Fluktin. When the doctors came rushing into my office one day, because we were running a small trial in one of the largest hospitals in Stockholm. Wir führten in einem der größten Krankenhäuser in Stockholm eine Studie durch. The first week they started the trial, two of the patients tried to commit suicide. In der ersten Woche der Studie versuchten, zwei der Patienten, Selbstmord zu begehen. And this is a major side effect of these psychotropic drugs. We call them the SSRIs, Serotonin, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. That's a long, fancy name. Und Selbstmord ist eine der Nebenwirkungen von diesen selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern, wie Fluktin. It's called Akatisia. It's called one? Plus... What was that, the last one? That's so, you might bite your tongue, don't know it. Sorry. Akatisia. Akatisia. Can you say that? Okay, anyway, it's a suicide attempt. The... A little bit more, okay. Let me, well, let me take some water. I don't know. Now, the pharma industry, by law, is not obliged to give out information like that. The pharma industry is not rechtlich verpflichted, gesetzlich verpflichted, solche Informationen preiszugeben. Their friends in Washington made sure of that. The friends in Washington made sure of that. Do you know that George Bush's father was on the board of directors of Eli Lilly and Company? Wussten Sie, dass der Vater von George Bush im Vorstand saß von Eli Lilly? One of the political advisors in the George Bush administration, a guy called Mitch Daniels, he was the vice president with Eli Lilly. Mitch Daniels, einer der Mitglieder der Bush administration, war der, what is it, what is it, the, what's his position? A political advisor. War der politische Berater. Do you know that Rumsfeld, was he, he was... Rumsfeld, Cyril. Yeah? G.D. Cyril. He was the vice president in the pharma industry. Donald Rumsfeld. And my boss, former boss, the guy who was two steps ahead of me, he was the vice president in London, he later became the CEO in...